Ich bleibe hier. So. Und weiter aufladen, weil wir haben ja noch ein bisschen Munition. Ich trau der ganzen Schose hier nicht. Ach, wir gehen jetzt ab. Uiuiuiui. Okay. Ich halte. Kann meiner aufmachen? Oh, darf ich? Merci. Oh. Heute war das besser. Da war das noch nicht ganz so viel. Okay, haben wir. Haben wir. Ja, dann Attacke. Ich habe den Raketenschlüssel und greife jetzt auf die Startcoach zu. Koordinaten folgen. Tango, Whisky, 0, 5, 6, 6, 2, 8. Koordinaten bestätigt. Feuer auf russische Flotte in 30 Sekunden. Muss ich jetzt in 30 Sekunden hier raus? An die Konsole. Welche Konsole? Au. Okay. Danke. Bin ja schon weg. Ich komme ja schon. Darf ich steuern? Die schießen auf mich. Uiuiui. Der Seegang ist heute sehr, sehr wild heute. Ei, Karajo, Karamba. Okay. Hab ich. Ähm. Wo ist die Sau? Äh. Ich meine, unser Werther her. Oh, blöd. Das ist hier doch nicht mehr witzig. Was? Da ist unser Vogel. Sprungschanze. Ja, ich fahr einfach mal rein. Da habt ihr ja kein Problem. Entschuldigung. Ach, endlich. Ja, jetzt, dadurch kriege ich aber auch kein Auge, die. Schön, schön, schön. Warum so knallt es im Karton? An alle verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Forst, Trott. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flucht. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makaros Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Reis, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir fassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarov, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Juri, Ex-Bessnas. Der Einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kamm-Linie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Jetzt spielen wir also Juri. Einen Typen namens Juri. Ich verstehe kein einziges Wort. Juri, Juri, hier rüber. Wir müssen Sorg zum Hubschrauber rein. Was ist das? Sie sagen, das ist der Pansk-Komitee. Persona no grata. Verleugnet. Sonderkommando verleugnet. Juri, hier auf der Balkonistellung. Ihr müsst dem Arzt Zeit verschaffen. Wir müssen Sie aufheben, bis wir es auch bewegen können. Ich bin Juri, hier auf der Balkonistellung. Ich bin Juri. Ich bin Juri. Juri, hier rüber. Juri, gib uns deine Hilfe. Juri, hier rüber. Geben ihm die Spritze. Sie sind auf dem Dach. Wir müssen Sorg zum Heli bringen. Juri, du bleibst bei dir. Juri, hier rüber. Juri, dies. Juri, das. Herr Gott, kannst du auch nochmal mit mir reden? Meine Güte. Alles klar, Juri macht das schon. Nimm das. So. So. Ach. Fahrzeugdrohne! Fahrzeugdrohne! Außer die zwei dahin! Jetzt ist es aber mal wuschiger! Zurückbleiben und so schützen! Wir rechten der Seite! Ja, ja, ja! Alles cremig! Müssen die immer Granaten werfen? Ui! Ja! 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 Fucks! Oh, blöd! Ach, das darf nicht wahr sein! Wo fang ich denn jetzt wieder an? Wir rechten der Seite! Wir müssen es auch hier ausholen! Meine Fresse! Immer schön aufs Maul! Oh, nö, 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 nö. Können wir mal schön hier alleine machen. Miene Güte. Okay. Ich gehe das Gebäude. Oh, helfen wir uns mal. Priess. Kommt eigentlich mal wieder. Neue. Mann, Mann, Mann. Die hat aber nicht zurückzukommen. Das habe ich der Drohne nicht erlaubt. Mann. Danke. Oh, fuck. Ja, ich wollte jetzt was anderes sagen. Ich weiß. Ja, ja, Juri, 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 Juri hat Kugel im Hintern. Juri bewegt sich da nicht gut. Geh rein. Sieh noch 10 Uhr. 10 Uhr? Ich gucke mal auf den Tag. Ne, bei mir ist es momentan 18 Uhr. Ja, ich weiß, was gemeint ist. Die Fahrzeugdrohne ist in einer Kiste direkt unter Ihnen. Oh, Geheimer Keller. Ich will gucken. Ich will gucken, ich will gucken. Ich sehe sie. Jo. Ach so. Ich dachte hier in dem schönen Laptop. Unbemannte Fahrzeugdrohne. Zwei Centenative Panzerung. Miligand und Granatwerper. Woo. Die Steuerung ist auf Russisch. Dein Job, Juri. Ja, Juri fährt Auto. Ja, Juri fährt Auto. Wir müssen ihn hier rausbringen. Juri, mach einen Weg zum Heli-Fein. Wir sind direkt hinter dir. Das macht Spass. Das macht Spass. Du Hampel, Mann. Du Hampel, Mann. Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? So. Habe Heli abgeschoffen. Ich hoffe jetzt alle glücklich. Aber alle erschossen. Nja, 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 nja. Meine Herren, wie viele kommen denn hier noch? Nein, nein. Desklippel. Meine Herren, ich bin ein... Nue Oh, nein. du kleine pissen also kaputt ich kann dich aber noch abschieben